So, der Trailer ist angehangen. Ich werde das fertig gemacht. Gucken wir, ob wir die Kiste drauf kriegen. So, soweit aufgeladen. Jetzt erstmal zur Tanke, da muss getankt werden. Abfahrt. Abfahrt. Musik 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 Die Nummer ist jetzt drauf Stehen im Fortstadt Mal gucken Musik 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 Es ist gar nicht so gut, der Ladung. Achso, zwei Autos. Jetzt kann es schon los. So, ich hab denen Bescheid gegeben. Ja, vom BMW-Treffen wieder zurück und das war... Geil! Geil! Die Karre hat gehalten, leistungstechnisch hingeworben zwischen 400 und 450 PS, ein Ballausdruck. Zeit konnte ich von 2017 nicht schlagen, dafür war ich im Endgeschwindigkeit ein bisschen schneller. 195 im Ziel. Das ist schon in Ordnung, hat mal wieder Spaß gemacht. Zwei Kleinigkeiten muss ich allerdings noch machen, das 50er Westgate ist so riesengroß. Ich habe schon die stärkere Feder drin, kriege aber schon bei 85% Antaktung gerade mal 1 Bar. Und hier vorne, da drückt mir die Dichtung raus. Da wäre ich wahrscheinlich mal Original kaufen müssen. im Ende des Filmes und Nust8 Omli. Sie müssen vorgelevinden und 주weBC die Dichtungloßkü. Ach, du46 ZF- die Dichtungloßkü warst. Du fist hast dich Dichtungloßkü malst Rund- Da! U created